Ich habe sie gar nicht bemerkt. Und hörg erst mal. Hanna. Ich heiße Hanna. Wissen Sie mehr wissen? Ich glaube nicht. Aber ich weiß, wer Sie sind. Ich weiß sogar ziemlich genau. Sie sind. Keine lange, es gehört zu meinem Job. Ich bin Ihr Verbindungsoffizier. Sie werden es also in Zukunft öfter mit mir zu tun haben. Und hinterher nicht behaupten, Sie hätten nichts gewusst, ja? Haben Sie vorher? Nee, immer noch. Macht ja nichts. Ja, es gibt da eine Operation, die Sie interessieren können. Sehr ziemlich großes Ding. Also Leute sind schon dran an dem Fall. Es gibt nur ein Problem. Wir müssen einen unserer Informanten schützen. Das ist eine ziemlich blöde Sache raushauen. Das ist eine zwickte Sache. Weil es darf keine Verbindung geben zu unseren Leuten. Also ich schlage vor, Sie stellen ein kleines Team zusammen, so wie immer. Und versuchen Sie Glück, okay? Alle nötigen Unterlagen kriegen Sie per E-Mail. Und kein Kontakt zu unseren Leuten.